Das Gateway ist die zentrale Anlaufstelle für alle Fragen rund um das Thema Selbstständigkeit. Das gilt für Studierende, Absolventen, Wissenschaftler, Mitarbeiter der Universität zu Köln und anderer Kölner Hochschulen. Wir beantworten gerne jede Frage rund um das Thema Selbstständigkeit, Geschäftsmodell, Finanzierung, aber auch wie kann ich mich überhaupt gründen, wie finde ich Mitgründer etc. Und wir bieten hier seit der Eröffnung Anfang 2015 auch Arbeitsplätze für studentische Gründerteams, die sich hier einfach mal ausprobieren können, Ideen entwickeln und evaluieren können. Wir sind Sino, wir entwickeln Produkte im Bereich der digitalen Gesundheit. Konkret arbeiten wir gerade an einer App, die durch intelligente Technologien Menschen dabei hilft, gesündere Gewohnheiten zu entwickeln. So helfen wir zum Beispiel Unternehmen dabei, die Gesundheit ihrer Mitarbeiter nachhaltig zu steigern. Wir sind Swarm Protein und wir produzieren Fitnessriegel mit einer ganz kleinen Besonderheit. Wir benutzen nachhaltiges Protein aus Insekten. Wir machen, wir schreiben eine Software, die vollautomatisch eben Dokumentenlayouts erstellt und damit kann man dann mit geringen Kosten eben individualisiert mit gedruckten Inhalten kommunizieren. Das Gateway unterstützt uns seit dem ersten Tag. Wir haben seit Anfang August das Exist Grinder Stipendium und seit Beginn der Antragstellung werden wir hier sowohl ideell als auch mit Räumen unterstützt und das Gateway maßgeblich dazu beigetragen, dass dieser Antrag erfolgreich war und damit sind wir sehr glücklich. Als wir noch eine relativ breite Idee hatten, haben wir die Gründungsberatung dafür genutzt oder die hat uns dabei geholfen, die Idee in einem Kurzexposé zusammenzuschrumpfen. Und dann haben wir mithilfe des Gateways auch den Exist-Antrag geschrieben und sind glücklicherweise Exist-Stimendiaten geworden. Ja, und dadurch haben wir mittlerweile hier auch ein eigenes Büro. Das kommt natürlich auch sehr zugute. Definitiv. Hier ist eine wunderbare Ansammlung aus Erfahrungswerten, sei es rechtlich, finanziell, bürokratische Sachen. Das ist das Gateway-Team einfach super. Oder die ganzen Start-ups, die hier sitzen, haben auch viele Erfahrungen gemacht, die sie gerne teilen. Ich empfehle Studierenden das Gateway, weil das Studium eine gute Zeit ist, um unternehmerisches Denken und Handeln einfach mal auszuprobieren. Dafür findet man hier das Ökosystem und baut damit eine Kernkompetenz auf, die im späteren Berufsleben unverzichtbar ist.